Hallo ihr Lieben, ich wollte mal ein bisschen einen Zwischenstand abgeben und zwar zum Thema Auf ein Bier. Es läuft super, wir sind total froh, weil ganz viele uns schon unterstützt haben. Da möchte ich mich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr, sehr bedanken. Das hat mich auch ein bisschen gerührt, weil ich dieses Projekt ja wirklich sehr, sehr liebe. Wir sind echt am Arbeiten, wir sind hier im Berliner Büro, es ist heiß draußen, wir haben keine Klimaanlage, es ist einfach ein bisschen, aber so ein Frieden, wie Alina geht es gerade so, deswegen ein kurzer Zwischenstand. Es wird der 13. August, wird nicht stattfinden, insofern, dass da nicht der Pilot gedreht wird, weil meine absolute Lieblingsgästin zugesagt hat, aber am 13. August nicht kann. Jetzt sind wir am Rödeln, sie ist wahnsinnig beschäftigt, zu Recht, und wir brauchen noch einen neuen Termin, der wird kommen. Ich bin vorbereitet, ihr seht, ich bin nur am Arbeiten, aber gut, ich mache das für das Projekt einfach. Also ich denke, jetzt könnte man natürlich im Hintergrund eine Palme sein, oder ich könnte ein Rosé-Glas in der Hand haben. Nein, ich bin am Arbeiten, und das mache ich für das Projekt, weil ich das unglaublich toll finde, dass das klappt, durch eure Hilfe. Deswegen schöne Grüße aus Berlin, Spannung. Stimmt gar nicht, ich bin auf Mallorca. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020